Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Pürsün. – Für die Fraktion DIE LINKE habe ich hier zwei Zettel liegen. Zunächst beginnt Frau Kollegin Böhm. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, diese Art, die Debatte zu führen, die immer mehr zur Ermüdung der Teilnehmenden führt, entspricht nicht der Notwendigkeit und der Bedeutung eines Sozialhaushalts, der die Gesundheit und die Integration beinhaltet. Wir haben gestern von dem Kollegen Jan Schalauske gehört, dass wir eine Spaltung in der Bevölkerung zwischen Arm und Reich haben, die immer weiter auseinandergeht. Wir haben deutlich gehört, dass die Armut in diesem reichen Hessen steigt, dass Hessen über dem Durchschnitt der anderen Bundesländer liegt. Ich denke, das sind Gründe genug in einem Sozialhaushalt, zumindest wenn man das nicht woanders regeln kann. Eigentlich wäre die Wirtschaftspolitik, wären andere Dinge dafür erforderlich, die Wohnungspolitik. Aber im Sozialhaushalt zumindest das abzufedern, was in dieser Gesellschaft kaputt und auseinandergeht. Dazu brauchen wir Maßnahmen. Kollegin Wissler hat heute etwas zum Thema Erwerbsarmut gesagt, dass es immer mehr Niedriglohnbeschäftigungen gibt. Ich denke, da brauchen wir nicht den Wirtschaftsbereich zu loben, sondern wir sehen eher, wie schwierig es ist, für Menschen heute noch ihren Lebensunterhalt zu organisieren und zu gewährleisten. Zur Altersarmut werden wir morgen sprechen, und zur Kinderarmut haben wir eine völlige Fehlanzeige in diesem Haushalt. Ich finde, nichts dazu. Dieser soziale Ausgleich fehlt in diesem Landeshaushalt. Stattdessen wird von Frau Ravensburg das Ehrenamt gelobt. Klar, ich lobe auch das Ehrenamt. Ich freue mich darüber, wenn Menschen ehrenamtlich täglich sind. Aber das ist doch kein Ersatz für Politik, Leute. Es kann doch nicht wahr sein, dass die Ehrenamtlichen das ausbaden müssen, was die Politik versäumt. Ich finde, da missbrauchen wir das Ehrenamt, da missbrauchen wir den guten Mut und das Engagement von Ehrenamtlichen. Da finde ich es zwar schön, wenn Sie den Tafeln etwas zukommen lassen wollen, aber schlimm genug, dass wir diese Tafeln brauchen. Sozialpolitik hat doch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es wirklich keine Tafeln mehr gibt, und dass sie nicht mehr notwendig sind. Ich will mich jetzt noch mit drei Themen beschäftigen, die wir aus dem Sozialhaushalt herausgeholt haben, wo es uns besonders wichtig ist und besondere Diskrepanz sehen, zu Ihren Ankündigungen, aber auch zu dem, was Sie tun. Es geht um die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Ich habe gewettet, ob die Istanbul-Konvention in ihrem Haushaltsplan auftaucht, und habe gewonnen, weil sie wusste, dass sie in der Lage sind, schöne Etiketten an wenig erfolgreiche Politik zu hängen. Dem Etikett folgt nicht einmal das Notwendige. Es gibt weder eine Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Konvention, die im Übrigen notwendig und verpflichtend ist, noch gibt es entsprechend Geld für die Investitionen für neue Frauenhäuser. Da wartet man auf das Geld vom Bund. Es gibt aber ganz viele Kommunen, auch bei mir im Kreis Groß-Gerau, die sehen, es ist notwendig, neue Frauenhäuser zu bauen, weil die Bedrohung und die Problematik gestiegen sind. Wir brauchen 300 neue Plätze in Hessen. Wie wollen Sie denn die herbekommen? Wo soll denn die versprochene Barrierefreiheit herkommen? Wo wollen Sie das denn im Haushalt darstellen? Wie soll mit dem wenig Geld, das Sie da zur Verfügung stellen, denn die Prävention stattfinden? Wir brauchen flächendeckende Beratungseinrichtungen gegen Sexualisierte, gegen Häusliche, gegen Gewalt gegen Frauen. Aber dazu gehören auch Maßnahmen gegen digitale Gewalt. Wir brauchen die Übernahme von Dolmetschkosten, und wir brauchen den flächendeckenden Ausbau der medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung. Aber davon ist zwar die Rede, aber allein es mangelt an der finanziellen Ausstattung. Hier wäre es notwendig, wirklich nachzusteuern. Das zweite Thema, das ich aus dem Haushalt herausgreifen möchte, ist die gesundheitliche Versorgung. Gut, Sie sind nicht in der Lage, eine Planung auf den Weg zu bringen, obwohl der Landeskrankenhausrahmenplan alle fünf Jahre neu aufgelegt werden sollte. Der jetzige ist von 2009 und plant überhaupt nichts. Dies führt dazu, dass innerhalb von acht Jahren 25 % der Geburtshilfestationen geschlossen wurden, obwohl deutlich mehr Kinder geboren werden. Jetzt merkt man das. In Frankfurt fehlten die Hälfte der Gebärenden gar keine Hebamme mehr für die Nachbetreuung. Das ist ein Skandal. Der resultiert aus 20 Jahren CDU-Regierung, die sich dafür als völlig unzuständig erklärt hat. Nur, es ist leider so, dass sich nach einem Jahr grüner Sozialministerrei und sechs Jahren grüner Sozialbeteiligung daran nichts zu ändern scheinen. Die Kliniken mit finanziellen Problemen, dafür hat die Landesregierung nur eine Abwrackprämie im Angebot. Wenn der jetzige Sozialminister nur die Sprechblase seines Vorgängers wiederholt, dass nicht die Landesregierung, sondern der Träger die Kliniken schließt, dann ist das für die Kliniken, die heute vor großen Herausforderungen stehen, ob die Digitalisierung oder die Unterfinanzierung, eine riesen Unverschämtheit. Genauso wird das auch aufgefasst. Wenn Sie sich die hr-Diskussion zu Wolfhagen am Montag angeguckt haben, haben die Anwesenden genau das so gewertet. Es ist Zeit, dass das Land endlich für die Investitionskosten aufkommt und das nicht nur Schrittchen für Schrittchen macht. Das Gutachten der Hebammenversorgung ist eine schöne Sache, aber da muss man auch für die Umsetzung Geld einplanen. Ich denke, unser Haushaltsantrag wird sich damit beschäftigen. Wenn man nur den runden Tisch wertschätzt, aber ihm für die Umsetzung kein Geld zur Verfügung steht, ist das eine reine verhohene Pipelung. Wir müssen dafür sorgen. Hier ist die Landesregierung tatsächlich aufgefordert, zu sorgen, dass Frauen ihre Kinder nicht im Auto oder mithilfe der Feuerwehr auf den Weg bringen müssen, wie ich es gestern schon erwähnt habe. Dass es an Aufsicht, an Ausstattung und vielerorts auch an kritischer Diskussion in der Psychiatrie mangelt, ist im letzten Jahr deutlich geworden. Es ist Unsinn, immer mehr Geld in forensische Kliniken zu stecken, wo die Tagessätze natürlich ganz toll sind. Andere würden sich die Finger danach lecken. Aber kein Geld für die Prävention und die Krisenintervention zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen in Hessen ein flächendeckendes Krisensystem, das vom Land der Unterstützung und der Anschubfinanzierung bedarf. Da sollte es eine klare Rahmenplanung vonseiten des Landes geben, die regional umgesetzt ist. Das muss aber wirklich ein echtes Krisensystem sein, sodass Menschen 24 Stunden, sieben Tage lang die Möglichkeit haben, sich in einer psychischen Krise dahinzuwenden und auch kurzfristig dort wohnen und übernachten können. Allerdings ist der Haushaltsansatz dazu ein Trauerspiel. Wir fordern die Landesregierung auf, endlich einmal ambulant vor stationär wahrzumachen und die Menschen in psychischen Notsituationen tatsächlich zu unterstützen. Das dritte Thema, mit dem ich mich beschäftigen möchte, ist die frühkindliche Bildung. Wir haben gestern gehört, dass das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive eingestellt werden soll. Hier ist es besonders wichtig, dass in Hessen nachgesteuert wird. Bis 2025 werden 300.000 ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher fehlen, wenn die Ausbildungsquoten nicht signifikant erhöht werden. Vor diesem Hintergrund sind die 200 praxisintegrierten Ausbildungsstellen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir wollen, dass es zumindest 800 sind. Das wäre ein Zeichen für einen deutlichen Fachkräfteaufwuchs, und das wäre auch mindestens notwendig. Zugleich ist es nicht nur notwendig, die Ausbildungen zu finanzieren, sondern die Fachkräfte müssen auch in den Einrichtungen gehalten werden. Wir wissen, dass eine Studie aus dem Jahr 2018 steigt, dass ein Viertel der Berufseinsteiger innerhalb der ersten fünf Jahre den Arbeitsplatz Kita wieder verlassen. Dem sollte mit einer wirklich fachgerechten Anleitungspraxis entsprochen werden, auch da ist der Ansatz der Landesregierung wesentlich zu gering und müsste eher verdoppelt werden, sodass es tatsächlich möglich ist, dass die Berufseinsteiger eine gute Ausbildung erfahren und eine gute Arbeitspraxis hinterher erleben können. Viel Geld in eine Werbe- und Imagekampagne zu stecken, ist eh nicht unser Ansatz. Hier sollte eher die Qualifizierung der Fachanleitung entwickelt und verstärkt werden. Ich denke, das sind Maßnahmen, die einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Mangels an Erzieherinnen leisten. Hier erwarten wir von der Landesregierung einen ernsthaften Beitrag für die frühkindliche Bildung. Sich nur für Geld zu loben, dass man den Kommunen weggenommen hat, ist sowieso die unterste Schublade. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Es gibt noch vieles zu dem Einzelplan zu sagen. Einiges wird es Ihnen darstellen. Trotz des einen oder anderen guten Ansatzes erfüllt dieser Haushaltsplan weder die realen Anforderungen noch seine eigenen Versprechungen. Herr Bocklet sagt, das Sozialbudget wächst. Ja, wir wissen, warum es das Sozialbudget gibt. Ich erinnere vielleicht noch einmal daran. Einige haben vielleicht nicht so ein langes Gedächtnis. Es ist im Prinzip der Ersatz für die Operation Düstere Zukunft. Ich weiß nicht, in wie viele Stellen ich komme, wo mir die Leute heute noch sagen, dass sie immer noch an den Folgen der Operation Düstere Zukunft zum Knappen haben von Roland Koch. Diese Folgen sind immer noch nicht ausgeglichen. Ich glaube, da müssen Sie auf das Sozialbudget noch eine Menge auflegen. Es fehlen viele andere Dinge. Das Taubblindengeld, die Ombudsstelle für Kinderrechte, wird immer noch nicht vom Land finanziert. Die Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit sind zahnlos. Es gibt weder einen Ausbau öffentlicher Beschäftigung noch eine unabhängige Erwerbslosenberatung. Aber genau dazu werden wir die notwendigen Anträge stellen. Ich bedanke mich. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Zermes. Sie kommt gleich hinterher. Frau Kollegin, ich will für Ihr Gefühl sagen, dass eigentlich die elf Minuten von Ihrer Fraktion um sind. Aber Sie haben trotzdem noch fünf Minuten, bevor Sie den anderen etwas wegnehmen. Danke sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Ravensburg hat betont, wie sehr der Regierung die Integration von Migrantinnen und Migranten und geflüchteten Menschen am Herzen liegt. Wir stellen aber, wenn wir in den Haushaltsplan hineinschauen, das Gegenteil ist der Fall. Das Thema Integration der Migrantinnen und Migranten wird auch dieses Jahr in diesem Haushaltsplan nicht wirklich ernst genommen. Zusammengefasst kann man sagen, dass das Interesse an Migrantinnen und Migranten nur darin besteht, wie man sie am besten dem Niedriglohnsektor zuführen kann. Aber auch das hat Frau Ravensburg eigentlich genannt, wenn auch nur indirekt. Sie hat nämlich versäumt, es zu erwähnen, dass Vollzeitbeschäftigte aus Asylbewerberländern 43 % weniger Bruttoverdienst haben, und knapp 50 % von Ihnen sind im Helferbereich tätig. Das haben Sie mit Ihrem Integrationsprogramm vergessen zu erwähnen. Sogar der Präsident des BAMF, Herr Eckhardt Sommer, stellt fest, dass dieser Zustand langfristig nicht gut sein kann für unsere Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund wird aber klar, dass Flüchtlinge mitnichten als Fachkräfte in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, wie es uns die GRÜNEN und die CDU immer versuchen zu verkaufen, sondern es findet nichts anderes statt als die Unterfütterung und der Ausbau des Niedriglohnsektors, und das wieder auf Kosten der geflüchteten Menschen, meine Damen und Herren. Hätte die Landesregierung ein ernsthaftes Integrationsinteresse, würde die Lösung bezüglich dem Arbeitsmarkt der Fachkräfte darin bestehen, die im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation durch geeignete und schnelle Bearbeitung anzuerkennen. Das Gegenteil ist aber der Fall von Qualifikation und Unqualifikation. Da beweisen Sie sich täglich aufs Neue. Davon brauchen Sie jetzt nicht zu reden. Das Gegenteil ist der Fall. Trotz sehr langer Bearbeitungszeiten und Beschwerden vonseiten der Betroffenen sehen Sie im Haushaltsplan keine zusätzlichen Investitionen und Stellen für solche Bearbeitungen vor. Obwohl immer wieder gebissmühlenartig konstatiert wird, dass die Sprache der Schlüssel zur Integration ist, streichen Sie 159 Stellen im Bereich der InteA-Klassen, obwohl der Bedarf bisher noch nicht gedeckt war. Nach wie vor ist die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen bestimmten Personengruppen überhaupt nicht möglich, und für andere ist sie kostenpflichtig. Die Angebote der Deutschkurse müssen aber so ausgebaut werden, dass ein diskriminierungs- und kostenfreier Zugang für alle, ich betone, für alle möglich ist. Diesbezüglich können wir dem Haushaltsplan leider auch nichts entnehmen. Aber die Befähigung, am beruflichen Leben teilzunehmen und Sprache zu erwerben, gründet auf einer psychischen und körperlichen Gesundheit. Mit insgesamt vier Psychosozialzentren werden wir der Sache aber nicht gerecht. Da sollte sich die Hessische Landesregierung vielleicht ein Beispiel an Rheinland-Pfalz nehmen. Sie haben bei viel weniger Flüchtlingszahlen mehr, als wir hier in Hessen haben, nämlich sechs an der Zahl an Psychosozialzentren. Menschen kommen traumatisiert hier an, sind hier zumeist weiterhin Diskriminierung und Perspektivlosigkeit ausgesetzt, womit die psychische Situation dieser Menschen mitnichten besser wird. Für die Verbesserung der psychosozialen Versorgung der Migrantinnen und Migranten müssen weitere Psychosozialzentren geschaffen werden. Die von den Freien Trägern geleistete und sehr wertvolle Arbeit muss mit Landesmitteln gefördert werden. Es kann nicht sein, dass auslaufende Projekte aufgrund der fehlenden Finanzierung nicht mehr ihre gute Arbeit fortsetzen können. Auch hierfür werden wir natürlich einen Antrag einreichen. In Hessen leben Menschen aus 195 Nationen. Dass nicht alle der deutschen Sprache mächtig sind, liegt auf der Hand. Wenn eine gesellschaftliche interkulturelle Öffnung im Gesamten und eine interkulturelle Öffnung im Gesundheitswesen wirklich funktionieren sollen, wenn diese Menschen eine adäquate gesundheitliche Versorgung erhalten sollen, dann müssen interkulturell und medizinisch geschulte Dolmetscher für eine Übersetzung herangezogen werden können und keine Laiendolmetscher dafür eingesetzt werden müssen. Deshalb muss finanziell sichergestellt werden, dass Kliniken auf qualifizierte Dolmetscher zurückgreifen können, die eben medizinisch und interkulturell geschult sind. Ich könnte jetzt eigentlich weitermachen, aber um das Zeitkontingent nicht weiter auszureizen, komme ich zum Schluss. Aber eines will ich mir dann doch nicht verkneifen. Ihr Interesse an Integration und politischer Teilhabe der ausländischen Bevölkerung machen Sie besonders deutlich mit Ihren Plänen bezüglich der Ausländerbeiräte. Meine Damen und Herren, das machen Sie einmal deutlich mit Ihrem Gesetzentwurf, den Sie eingebracht haben. Aber auch mit Ihrem Haushaltsplan machen Sie das auch wieder deutlich. Trotz der bisherigen unzureichenden finanziellen Mittel, die die Ausländerbeiräte zur Verfügung haben, sehen Sie im Haushaltsplan keine Erhöhung für die Ausländerbeiräte vor. Sie werden auch abgeschafft. Vielen herzlichen Dank. Zu diesem Haushalt liegt keine Wortmeldung der Fraktion vor, sodass ich dem Herrn Staatsminister Klose das Wort übergebe. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zum Abschluss unserer Debatte zum Einzelplan des Ministeriums für Soziales und Integration noch einmal die zentralen Schwerpunkte dieses Budgets deutlich machen. Ich muss sagen, nach manchen der in der zurückliegenden Debatte vorgetragenen Auffassungen scheint mir das nicht nur geboten, sondern notwendig. Hohe Priorität innerhalb dieses Plans haben unsere Anstrengungen, die Betreuung und Bildung der jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft stetig weiter zu verbessern, quantitativ, aber vor allem auch qualitativ. Dafür stellen wir mit dem Haushaltsjahr 2020 erstmals in Hessen über 1 Milliarde € bereit. Dieser Kraftakt unterstreicht einmal mehr die hohe Bedeutung, die wir der Kinderbetreuung und damit der frühkindlichen Bildung für die Chancengerechtigkeit aller Kinder einräumen. Wir unterstützen damit die Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer wichtigen Aufgabe der Kinderbetreuung nachhaltig. Alle Kinder sollen in Hessen bestmögliche Startchancen haben, und das verlässlich. Deshalb verankern wir unsere Maßnahmen, um das Gute-Kita-Gesetz in Hessen umzusetzen, auch im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Das heißt für die Hessische Landesregierung auch, wir werden diese Maßnahmen auch dann weiterfinanzieren, wenn der Bund tatsächlich nach 2022 aussteigt, weil optimale Qualität in der Kinderbetreuung eine dauerhafte Aufgabe ist. Leider sind die Erfahrungen mit dem Bund, mit Bundesministerin Frau Dr. Giffey, keine guten, wenn es um die verlässliche Finanzierung von Kinderbetreuung geht. Noch im November, bei ihrem Besuch in Wiesbaden, hat sie betont, wie wichtig die Fachkräftegewinnung ist. Sie hat sich vor allem Abakus ablichten lassen, indem sie diesen Bereich besonders hervorgehoben hat. Dann hat sie den Ländern am 17. Dezember 2019 mitgeteilt, dass der Bund seine Finanzierung der wichtigen dualisierten vergüteten Ausbildungsplätze 2020 einstellt und die Kommunen und Länder damit alleine sind. Da muss ich Ihnen sagen, zwei Wochen vor Jahresbeginn. Wer so vorgeht, der weckt erhebliche Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit. Deshalb ist unsere hessische Garantie die Qualitätssteigerung bis 2025 durchzufinanzieren, so wichtig, so wertvoll und bundesweit einzigartig. Wir werden die Mindestpersonalausstattung in den Kitas verbessern, indem wir die sogenannten Ausfallzeiten erhöhen. Wir werden erstmals in Hessen auch einen Zeitanteil für die Leitung einer Kita festlegen. Dazu wurde mit den Kommunalen Spitzenverbänden auch eine Konnexitätsvereinbarung erzielt. Darüber hinaus werden wir die Gelder des Gute-Kita-Gesetzes, die auf Hessen entfallen, mehr als verdoppeln und in die Kinderbetreuung investieren, damit Kommunen und Träger Qualität und Ausbau nachhaltig weiter vorantreiben können. Um die Kinderbetreuung zu stärken, stellen wir in den Jahren 2020 bis 2024 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 720 Millionen € aus dem Programm Starke Heimat bereit. Mit diesen zusätzlichen Mitteln erhöhen wir die Betriebskostenförderung deutlich. Wir erfüllen einen lang gehegten Wunsch der Kommunen. Mit diesen zusätzlichen Mitteln ermöglichen wir längere Öffnungszeiten. Mit diesen zusätzlichen Mitteln unterstützen wir die Kitas, insbesondere die mit besonderen Herausforderungen zusätzlich, indem wir ihre Förderung erhöhen. Davon profitieren Schwerpunkt-Kitas genauso wie Kitas, die Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreuen. Qualitätssteigerung hängt ganz wesentlich davon ab, dass wir mehr Fachkräfte in die Kitas bekommen. Deshalb unterstützen wir die Kommunen und die Träger mit einer eigenen hessischen Fachkräfteoffensive bei dieser so wichtigen Aufgabe. Hinzu kommt übrigens auch hier, weil der Bund ein Programm auslaufen lässt, unser Landesinvestitionsprogramm für Kitas, das die Koalitionsfraktionen durch ihren ergänzenden Antrag dankenswerterweise bis einschließlich 2024 verstetigt haben. Auch hier zeigen Sie mir ein anderes Land, das sich dermaßen engagiert. Meine Damen und Herren, das Wohlergehen von Kindern wird selbstverständlich auch außerhalb von Einrichtungen, nämlich in der Familie, entscheidend bestimmt. Eine wichtige Aufgabe unserer Politik ist es deshalb, starke Familien völlig gleich, ob es sich um traditionelle Familien, um Alleinerziehende, um gleichgeschlechtliche oder Patchwork-Familien zu fördern und Kinder und Jugendliche vor jedweder Gewalt zu schützen. Auch hierfür erweitert dieser Haushalt 2020 unsere Möglichkeiten. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich komme zu einem weiteren wichtigen Schwerpunkt auch in diesem Jahr. Wir wollen eine gute, moderne und auch im ländlichen Raum gut erreichbare Gesundheitsversorgung in ganz Hessen. Dafür nehmen wir nicht nur die Krankenhäuser, sondern das gesamte medizinische Spektrum in den Blick, also gezielt auch Versorgungsbereiche wie die Pflege und die soziale Betreuung. Gerade weil die demografische Entwicklung insbesondere verlangt, dass wir die strikte Trennung in verschiedenen Versorgungssektoren endlich überwinden und die Sektoren vor Ort stärker zusammenführen. Wir haben uns dafür ein ganzes Bündel von Strukturentwicklungsmaßnahmen vorgenommen, die auch sorgfältig finanziell hinterlegt sind und mit denen wir dafür sorgen, dass sich die gesundheitliche Infrastruktur weiterentwickeln kann. Wir finanzieren Verbundstrukturen der Zukunft, beispielsweise die Gesundheitszentren. Wir finanzieren aber auch dezentralisierte Dienstleistungen wie telemedizinische Anwendungen oder auch die Gemeindeschwester 2.0. Wir sorgen dafür, dass die wohnortnahe Versorgung gerade für ältere und mobilitätseingeschränkte Menschen im ländlichen Raum sichergestellt wird. Ja, die Basis für eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung sind moderne, sind zukunftsfähige Krankenhausstrukturen. Deshalb haben wir die Investitionsmittel für die Krankenhäuser noch einmal deutlich erhöht. Bereits 2019 waren es insgesamt 280 Millionen €. Wir knüpfen 2020 an diese überdurchschnittliche Investitionsförderung der letzten Jahre an. Seit 2017 ist es eine Steigerung um fast 25 %. Die Finanzmittel für hessische Krankenhäuser werden auf insgesamt über 310 Millionen € jährlich erhöht. Damit sind wir im Vergleich der Bundesländer Teil der Spitzengruppe. Wir werden uns trotzdem darauf nicht ausruhen, weil wir wissen, dass ein weiter wachsender Bedarf an Modernisierungsinvestitionen auf uns zukommt, dem wir auch in Zukunft nur mit gemeinsamen Anstrengungen begegnen können. Meine Damen und Herren, ein ganz besonderes Markenzeichen der Sozialpolitik dieser Koalition ist das Sozialbudget, das wir in der vergangenen Legislaturperiode neu geschaffen haben. Wir führen es nicht nur fort. Wir erhöhen es mit diesem Haushalt 2020 auf nunmehr 121 Millionen €. Das Sozialbudget ist und bleibt damit weiterhin ein ganz wesentliches Merkmal unserer verlässlichen Sozialpolitik in Hessen, Hand in Hand mit vielen Engagierten vor Ort. Sie sehen, mit den vielfältigen Maßnahmen dieses Budgets unterstützen wir die Vielfalt des friedlichen Zusammenlebens. Wir unterstützen gerechte Teilhabechancen, weil gesellschaftliche Vielfalt für uns Bereicherung, Herausforderung und Chance zugleich sind. In diesem Land leben Menschen aus fast allen Staaten der Welt mit unterschiedlichsten Herkünften, Hintergründen und Merkmalen friedlich zusammen. Dafür, dass das so bleibt, arbeiten wir jeden Tag, weil nämlich entscheidend ist, wo wir gemeinsam hinwollen und dass alle dazu ihren Beitrag leisten können. So gern ich würde, ich kann im Rahmen der vereinbarten Redezeit natürlich nicht alle Highlights dieses Einzelplans ansprechen, aber ich will zumindest kurz noch den Bereich Arbeitsmarktförderung adressieren. Wir wollen uns trotz der insgesamt durchaus guten Lage am Arbeitsmarkt der Gruppe der Langzeitarbeitslosen besonders annehmen. Auch um die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Arbeit und Gesellschaft kümmern wir uns intensiv. Beides tun wir, weil die gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben eine wesentliche Voraussetzung zur Teilhabe an unserer Gesellschaft ist. Das gilt für Menschen, die hier geboren sind, genauso wie für Menschen, die zu uns geflohen oder nach Deutschland eingewandert sind. Auch hier sehen Sie einen deutlich roten Faden in diesem Haushalt. Mit Hilfe der Budgets dieses Einzelplans werden wir unsere verantwortungsvolle, unsere zielgerichtete und an den Lebenswelten aller Bürgerinnen und Bürger in Hessen orientierte Sozial- und Integrationspolitik auch im Jahr 2020 fortsetzen und verstärken. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung dabei. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, aufgrund des öffentlichen Interesses Sie kurz, so ist es auch mit den parlamentarischen Geschäftsführern vereinbart, über den Sachstand zum Coronavirus zu informieren. Seit gestern wissen wir gesichert, dass sich in Deutschland vier Personen mit diesem neuartigen Virus angesteckt haben. Das sind die vier Fälle in Bayern. In Hessen gibt es nach wie vor keinen Fall. Es gibt hier in Hessen aufgrund der Erfahrungen, die wir bei der Eindämmung von SARS im Jahre 2003 gemacht haben, klare Strukturen und Handlungsabläufe, die belastbar sind und verlässlich funktionieren. Ich habe bereits am Mittwoch der letzten Woche eine Taskforce unter Leitung von Frau Staatssekretärin Janz berufen, um das landesseitige Management im Umgang mit dem neuartigen Virus professionell zu etablieren und die hessischen Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vor dieser Infektionskrankheit zu schützen. Diese Gruppe bewertet die aktuelle Situation kontinuierlich und täglich. Wir sind in ständigem Austausch mit dem Robert-Koch-Institut, der Arbeitsgemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen auf Bundes- und Landesebene sowie dem öffentlichen Gesundheitsdienst, also den Gesundheitsämtern in Hessen. Außerdem verfügt Hessen, das ist eine Besonderheit, über das Kompetenzzentrum für hochpathogene Infektionserreger. Dort konzentriert sich herausragender wissenschaftlicher Sachverstand zum Management im Umgang mit Infektionskrankheiten. Dieses Kompetenzzentrum stellt seine Fachexpertise auch anderen Bundesländern zur Verfügung. Sie sehen also, Hessen ist sehr gut aufgestellt, auch um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Gerade aufgrund der langjährigen Erfahrung im Infektionsschutz dürfen die Bürgerinnen und Bürger auf ein funktionierendes Gesundheitsschutzsystem vertrauen. Ich will Ihnen aber aufgrund der Aktualität noch kurz sagen, wie mit dem aus Wuhan erwarteten Flug umgegangen wird. Hier sind wir in enger Abstimmung mit dem Bundesminister für Gesundheit. Die Bundesregierung hat entschieden, Personen mit vorrangig deutscher Staatsbürgerschaft einen Rückflug aus dem Risikogebiet in und um Wuhan anzubieten. Für die Organisation des Fluges, für die Ausreise und für die Begleitung durch medizinisches Personal ist das Auswärtige Amt verantwortlich. Dort werden auch Informationen über die zu evakuierenden Personen zusammengestellt. Der Flug erfolgt unter ärztlicher Begleitung, nachdem die chinesischen Behörden den Abflug genehmigt haben. Gemeinsam haben wir entschieden, dass alle Personen in Frankfurt von den Ärzten des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Empfang genommen, befragt und untersucht werden. Falls sich ein Anhaltspunkt dafür ergibt, dass eine Person krank ist, wird diese in die Universitätsklinik in Frankfurt gebracht, die auf die Diagnostik und Therapie von NCOV-Fällen, das ist der neue Coronavirus, eingerichtet ist. Alle übrigen Personen werden zunächst am Frankfurter Flughafen im Medical Assessment Center betreut und dann gemeinsam in eine Unterkunft gebracht, wo sie versorgt sind und 14 Tage bleiben können. Die Organisation erfolgt auf Anlass und mit Unterstützung der Bundesregierung. Schließlich wird in verschiedenen Online-Medien heute über einen Verdachtsfall des neuartigen Coronavirus vom heutigen Tage in Wiesbaden berichtet. Ich kann Ihnen mitteilen, dass dieser Verdacht inzwischen nach Angaben des Gesundheitsamtes entkräftet werden konnte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Vielen Dank für diesen auch informativen Beitrag. Da gestern über Redezeiten diskutiert worden ist, will ich hier allen Beteiligten mitteilen. Es war eine Verabredung gewesen, die getroffen worden ist, wie gestern ja auch schon, aber heute schon wieder, und die dazu führte, dass dieser Teil der Rede der Landesregierung nicht zum Thema Haushalt mit eingerechnet wird. Nur einfach, damit das jeder Beteiligte weiß. Punkt 2 haben wir den Punkt des Einzelplans nunmehr verlassen. Und jetzt wird der Textig cellular ist immer behinderst préparchen. Und jetztるまだ trick Amongst die Zeit noch über JP